Hallo meine Pokéfreundinnen und Pokénenenden zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier in Azura City immer noch. Wir haben die letzte Folge erkundet und ja, ich habe ja gesagt, ich verteile ein paar TMs. Und das mache ich jetzt auch. Ich verteile jetzt alle. Auch wenn manche davon ein bisschen sinnlos wären, sie zu verteilen. Aber wieso nicht? Oh ja, wir fangen an mit der ersten. Und das wäre Geduld. Geduld gebe ich Sander. Sander erlernt Geduld. Gut. Dann haben wir TM01, Mega-Heap. Das erlernt nicht Schillock, sondern... Sander kann das nicht. Dann erlernt es niemand. TM04 wäre Wirbelwind, ist aber eine schlechte Attacke. Die macht das... Es ist genauso wie Brille. Das Pokémon wird ausgetauscht von dem Gegner. Ist aber nicht cool. Das werde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Mega-Heap bin ich mir noch nicht sicher. Also warte ich lieber nochmal. Und dann haben wir hier Blubstrahl. Und das ist natürlich klar, wäre das in der Hand. Stimmt. Er hat keinen Platz mehr. Man kann nur vier Attacken auf einmal haben. Ja, was sollen wir denn mal vergessen? Äh, Tackle-Routenschlag. Ach komm, Routenschlag kann weg, oder? Wohl Blubber. Ich weiß halt nicht, was Stärke ist. Ich mach Routenschlag jetzt mal weg. Schwupp. Skudert-Routenschlag vergessen. Und dafür Blubstrahl erlernt. Blubstrahl ist ungefähr so wie Blubber. Nur, es hat eine 10% Chance auf, ähm... Initiative-Senkung. Ungefähr so, glaube ich, zumindest. Skröte-Status. Schauen wir mal eben nach. Steht das irgendwo vielleicht? Wie stark das ist? Ne, natürlich nicht. Ja, aber ich denke mal, Blubstrahl ist besser als Blubber. Gehe ich mal davon aus, zumindest. Und jetzt kommt ein sehr schwieriger Kampf. Hier geht's nicht weiter. Das ist der Rückweg. Für die Brücke, falls man zu, äh, Alarm ist zu, ähm... Also es ist halt so eine Abkürzung. Und hier geht's ab. Ich speichere lieber nochmal. Wie gesagt, hier geht's ab. Ja. Macht Sinn, ne? Jetzt mal speichern. So, denn jetzt kommt... Gary! Hi, Mike! Du bist also immer noch unterwegs? Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue Pokémon. Und das sogar stark. Und das waren sogar starke. Hab ich eigentlich alle gefangen. Und ich zeig... Und ich zeig mal, was ich so gefangen hab. Und du zeigst mir, was ich durchgefangen hast. Und Mike hat den Text so versaut, dass irgendwas labert, damit er es irgendwo gerade biegen kann. Aber er schafft es nicht. Wie auch immer, Gary möchte kämpfen. Ey, was ist ein Fake-er! Was ist denn blöd? Okay, sorry. Komm, ich mach Blubstrahl. Natürlich ging's daneben, war klar. Ich mach halt noch mehr Sandwirbel. Ist okay. Ist okay, ja. Ja, ja. Kill mich halt noch mal. Ist okay. Ach stimmt, der ist ein Bieser Samen, ne? Nee. Bieser Samen sollte sich, glaube ich, entwickelt haben, so ein Bieser Knosp. Ja, wie oft geht das noch daneben? Da macht ein Aquaknarre. Das ist nicht cool. Ja, genau. Ja, ja, jetzt ist es aber auch gut. Okay, jetzt ist es auch gut. Danke. Ich hab nur zwei Tränke. Wieso hast du auch vier Pokémon? Ich hab nur drei. Das ist so fair. Ich hätte Klansch an Team nehmen sollen. Mist, Spaß. Ich hab, ehrlich gesagt, vergessen, Sander zu trainieren. Ich hab direkt einfach so nachaufgenommen alles. Ey, das ist doch nicht deine... Ja, mach halt noch mehr Sandwürbel. Gleich ist meine genaue Ich-Kön-Auf-Eins, weißt du? Oh, ja. Es kann ja nur daneben gehen. Ist ja klar. Ey, komm. Ich hab eh keine Chance mehr. Nee, ich resette. Tut mir leid, das macht aber eh keinen Sinn mehr. Von daher. Hallo, guten Tag. Wollen wir kämpfen? Ja, wir kämpfen. Ah, ich hab Patex. War nur der, ähm, der einzige, den ich nicht geämpft habe. Taki. Ja, genau, Taki. Ey, das ist aber auch ein Abfuck. Das hier ist Taki immer geämpft. Nee, ich kann nicht mehr dazu sagen, oder? Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das ist mir der Taki immer daneben gehen. Komm, Kill ihn doch endlich. Oh, der macht mir einfach nach. Der tritt... Das ist aber so ein richtiger Trigger. Komm, Kill ihn jetzt. Los. Danke. Danke, Patex. Auf dich ist Verlass. Abra? Uh. Das hier ist Abra. Abra kann nur teleport. Warte mal. Abra kann nur Teleporter. Das heißt, er teleportiert sich weg. Also aus dem Kampf heraus. Aber da er erstens nichts zum Eingreifen hat und nur Teleporter nichts bringt. Ist das doch eigentlich easy win für Sander, oder? Sander könnte doch jetzt easy XP fahren, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Katze. Ja, den wir ganz nice. Habt ihr es gesehen? Die KP-Leiste hat kurz gebackt. Wollen wir Geduld? Komm, wir machen Geduld. Zeige ich euch mal eben, wie das aussieht. Aber es wundert mich schon, dass Sander keinen Mega-Tip kann. So, Geduld. Äh. Jetzt solltest wir es nicht machen. Ja. Erzeugt Energie. Es ging daneben. Als ob Geduld daneben geht. Ja, genau. Oh, komm. Speed. Doch. Sander. Ich hab grad keinen Level-Up. Radfraz. Komm, Sander, das schaffst du doch, oder? Das ist doch kein Gegner für dich. Pff. Radfraz. Pff. Hier, tschüss. Oh, oh, okay. Ich hab nichts gesagt. Äh. Spaß. Das machen wir ganz einfach mit einem Trank. Und ich verschwende jetzt wirklich einen Trank. Ja, ja. Dudu. Hyperzahn. Was? Der kann Hyperzahn. Ja, toll. Jetzt hab ich extra einen Trank verschwendet. Ist ja cool. Sagt mir auch niemand. Ach, was? Das Spiel sagt eh nix, ne? Wenigstens jetzt besiegt. Komm, Patex. Ich schaube jetzt ein bisschen Erfahrungsausserpunkt ab. 19. Nice. Bisasam. Was? Nicht entwickelt? Komm, Patex. Eigentlich müsste ich jetzt Patex einen Trank geben. Ich tue es. Ich tue es. No risk, no fun. Ich tue es. No risk, no risk. Bisasam sah doch so richtig aus wie ein so ein richtiger Frosch. Naja. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber ich sollte es eigentlich schon schaffen. Ich dachte nur später, im Remake, da entwickelt sich das Shuttle Pokémon vom Gegner. Deshalb dachte ich jetzt, er hatte schon dieser Knost, deshalb hatte ich Angst vor dem Kampf. Der einzige richtige Gegner war Torburga. Seien wir mal ehrlich. Der war schon ziemlich impressive. Muss man schon sagen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Hey, schon gut. Du hast gewonnen. Mike gewinnt 500. Nice. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Oh, das müssen wir auch, das müssen wir auch. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon Lager-System für den PC entwickelt. Ach, das war der. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach es mal gut. Tschüss. Ja. Wir treffen wahrscheinlich auch Bill. Zumindest. Nehme ich das mal an. Hust. Ist ja nicht so, dass ich es schon wüsste. Nein, ich weiß es doch nicht. Ich kann mich tauschen mit Patex. Ja. Sandra tauscht mit sich selbst. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ich darf speeden. Wollen wir nicht. Danke. Fürs Heilen. Ja, der Kampf war ziemlich offensiv. Und intensiv zugleich. Eventuell. So, dann gehen wir mal auf die Brücke, ne? Hier, wo sind wir? Auf der Brücke. Erstens. Also, mir fällt jetzt gerade auf. Das ist die Anfangsmusik beim Professor Eich. Und hier gibt es einen Glitch, wo man ein sehr seltenes Pokémon bekommen will. Und das mache ich auch. Okay? Und das ist wüsste, ich mache das. Aber das kommt erst nach der Brücke, glaube ich. Doch, nach der Brücke. Dann kommt es bei dem Gegner. Genau. Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns fünf Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du denn nur versuchen? Gerne doch. Komm, zeig mir, was für Pokémon du hast. Hoffentlich bist du ein Trainer. Ich gehe mal ein bisschen mehr Abstand von meinem Mikro. Ich nehme jetzt viel vor auf, damit ich nicht mehr so viel auslasse. Ich möchte ungern eigentlich Folgen auslassen. Ja, toll. Patex ist dein Job hier. Du kannst so ein bisschen XP fahren. Ja, Fahnschuss ist eh keine richtige Attacke für uns. Aber Patex muss jetzt endlich mal ein paar neue Attacken lernen, oder? Also, so geht das jetzt nicht. So geht das nicht. So geht das nicht. So. Horniu. Wollen wir auch nicht wechseln. Speeden brauche ich auch nicht. Das geht eh so schnell. So. Giftstachel. Zumindest bin ich vergiftet. Ich habe aber noch zwei gegen Gift. Haha. Gegen Gift kaufen ist gar nicht so schlecht. Wow, du bist gut. Den ersten haben wir mal. Wie gibt es denn? Ich bin Nummer zwei. Nun, wer ist ernst. Okay. Die Nummer zwei. Die Göre mal wieder. Was hat sie denn diesmal? Ein Taubsi. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Ja, ja. Finsterer Blick, Taubsi. Geduld. Komm, machen wir mal wieder Geduld. Gold ist eine coole Attacke. Nein. Ach gut, ist nicht so effektiv. Und... Komm, es geht jetzt wieder daneben. Danke. Seht ihr? Das macht richtig viel Schaden. Nidoran weiblich. Möchte ich tauschen? Ja. Aber nein. Erstmal nicht. Midoran weiblich. Äh. Nee, das schaffe ich nicht. Ähm. Das ist ein Fall für Apathex. Äh. Tauboga wird erst zu Taub aus ab Level... 40? Kann das sein? 30, oder? 30, 40. So, um den Dreh. Denke ich mal. Käfer gab es damals doch gar nicht. Das kam erst ein bisschen später. Im zweiten Gang gab es das, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wann es Käfer gab. Aber trotzdem, ich lasse immer Apathex die ganzen Käfer-Pokémon angreifen. Wie konnte ich verlieren? Einfach-Aus-Prinzip. Du bist in Nummer 3. Hier kommt Nummer 3. Ich mach dir das Leben schwer. Das wollen wir ja mal sehen. Komm. Du musst jetzt ein Versprechen halten hier. Dass du jetzt stark bist. Die Teenager möchte kämpfen. Ein Ratspratz. Ja. Du machst mir definitiv das Leben schwer. Oh. Ich hab mich nicht geheilt. Toll. Jetzt hab ich mich nicht geheilt. Jetzt könnte es echt was werden. Nein, Spaß. Kann nichts werden. Das ist eigentlich eine gute Route für Apathex. Da hat unser Skruttel nicht viel vor. Gut, auf den Kampf gehe ich in den Pokémon Center. Hyperzahn. Hyperzahn ist eine richtig starke Attacke. Es gab Superzahn und Hyperzahn. Eins davon. Ah, Level 13. Nice. Eins davon, das hat einfach nur viel abgezogen. und das andere hat die Hälfte der gegnerischen KP abgezogen. Welches Pokémon war das? Jetzt habt ihr es gesehen. Rettan. Ach, Rettan. Hier, Rettan. Der aus dem Boden kommt. Den machen wir. Oder es kommt so aus zu einer Box. Es gab es ja, es gibt jetzt sowas, wenn man so eine Flirte spielt, dann kommt so eine Schlange aus der Box. Kennt ihr sowas? Ich kann ja echt nicht viel zu sagen, weil ich mich damit einfach null auskennen. Ach, es hat mich umwickelt. Deshalb kann ich mich angreifen. Das gibt es natürlich auch. Dann bin ich gefesselt und kann nichts machen. Wofür wechseln kann ich, glaube ich, schon noch. Super. Komm, Skritte, muss auch mal wieder kämpfen. Das geht ja nicht, dass nur Patek's kämpft. Skritte muss ja auch mal wieder was zeigen. Komm, Lubschreie, ich will es mal sehen. Ist aber echt eine gute Attacke. Das muss man schon sagen. Mike besiegt Teenager. Was? So hast du mir das Leben nicht zur Hölle gemacht. Ah, Eiskalt erwischt. Eiskalt. So, ob Skritte jetzt so eiskalt ist, weiß ich jetzt genau nicht. Das kann ich jetzt ehrlich nicht sagen. Aber naja. Wieso ist überhaupt das Pokémon-Center so klein? Seht ihr das? In allen anderen Ständen, soweit ich weiß, ist es größer. Aber naja, es ist ja noch die erste Ge-äh? Ich möchte heilen. Hallo? Geht doch. So. Dann haben wir Geschmacks. Und dann kämpfen wir weiter. Wir werden die Brücke diese Folge noch schaffen, denke ich doch. Und in der nächsten Folge, eventuell machen wir den Glitch. Bin mir noch nicht sicher. Ich mache eh nicht viele Glitches. Nur halt ein paar. Den zum Beispiel, weil ich möchte, dass Pokémon gerne mein Pokédex haben soll. Das kriegt man nämlich nur durch Event, aber das kommt dann im nächsten Paar und halt, wenn ich es mache, wird sicher zu mir. Ich bin Nummer 4. Bist du müde? Nee, seid halt langweilig, aber müde. Na gut, wir haben 20 Uhr. Ich wäre eh gerade, wo ich es aufnehme, mal bis 20 Uhr. Ich bin ein bisschen müde. Ach komm, wir haben Wochenende in Yolo. Taupsi! Du bist keine Gefahr für mich. Du bist nutzlos! Sagt er der, der einen zum Team hat. Ahem. Ah gut, aber wir haben einen Taubburger. Das ist besser als ein normales Taupsi. Sander entwickelt sich auch erst sehr, also Sander entwickelt sich auch erst sehr spät zu Sandama. Ach, geh weg mit deinem Ruckzucki, da will niemand sehen, braucht niemand. Ja toll, jetzt müsste ich eigentlich schon wieder heilen gehen, Toll. Ganz toll! Komm, Patex, du musst uns jetzt helfen. Du musst jetzt zeigen, was du kannst. Level 20! Läuft bei dir auf jeden Fall. Lidoran, weiblich mal wieder. Komm, Skritte, du musst auch mal wieder killen. Ich mein, Patex überholt dich, es geht doch so nicht. Doch, komm, strahlen. Erbilopsie, Gefahr. Spaß. Skritte, kriegt keine neuen Level, ist nicht so schlimm. Ich habe auch verloren. Das siehst du komplett richtig. Du bist die letzte, die letzte Gegner. Ich bin Nummer 5, dich mache ich Platz. Hat die überhaupt gesagt, dass das 5 sind? Ich wusste natürlich, dass es 5 sind, aber ich wusste, ob das jetzt gesagt hat, der ganz am Anfang. Patex hat nur ein Pokémon, ein Mankey. Mankey sah damals richtig hässlich aus. Sehr hässlich sogar. Ach, schlimm ist es, Sander besiegt, ne? Okay, dann werde ich jetzt eben nochmal heilen gehen, aber das cutte ich dann. Normale ich kurz nur mit Cut. Aber es ist nicht groß das Problem. Und das war ein gutes Deutsch. Oh yeah. Das war zu viel des Guten. Ne, du hattest nichts Gutes. So? Du sollst eben heilen und dann geht das jetzt weiter. Beziehungsweise das ist das Ende der Brücke, wa? Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast an den großartigen Preis gewonnen. Mike erhält ein Nugget. Macht auch Sinn. Nuggetbrücke, kriegt man Nuggets? Nuggets kann man verkaufen. Das sind so goldene Nuggets. Und das sind keine schicke Nuggets, ja? Das sind keine S-Bahn. Das ist so. Ähm. Hätst du irgendwelche goldenen Nuggets? Keine Ahnung. Ich habe mal verkauft viel Geld. Wir sind ja eh momentan pleite. Hätte ich niemals gedacht. Ich war sonst nie im Brummenspiel pleite. Das ist echt eine Überraschung. Von daher, ja. Ist doch nicht ganz gut. Okay, ich bin aber auch selber schuld, dass ich pleite war. Ich meine, ich habe so viel Schutz gekauft. Möchtest du aus Mitglied des Timo Kitts werden? Was zum unsere Gruppierung benutzt? Pokémon für teuflische Zwecke. Was zum der ist... Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Ich habe nichts zu sagen. Also, komm schon mal und werde Mitglied. Ich empfehle dir ein Mitglied zu werden. Nö. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Was zum ein Team Rocket Mitglied verkleidet als ein normaler Teenager. Naja. Wie auch immer. Ein Retter hat der am Start. Das werden wir mal überlegen. Die spoil. Aber wie sehr will der das nicht? Darauf hat er anscheinend keine Lust. Ob wir im nächsten Part schon zu Bill kommen. Denn wir treffen hier Bill. Hat ja Gary auch gesagt. Er hat ja Bill getroffen. Das denke ich schon, dass wir das nächste Folge schaffen. Oder eventuell übernächste Folge. Irgendwie so in die Dreh halt. Komm, Scroote. Aber jetzt kommen wir auch auf die Ladezeiten. Volltreffer! Cool! Aber leider hat es nicht ganz gereicht. Wir brauchen wohl ein neues Level up, was? Komm, Scroote. Wir brauchen ein Level up. Was hast du dir verdient? Und? War auch schade. Zubat! Komm her, ich schau dir eine rein, Zubat! Ich werde jetzt auch offscreen ein bisschen Sanna trainieren, denke ich mal. Äh, jo. Einfach hier direkt ein Gras. Ich glaube, hier ist auch irgendwo Gras. Aber nicht links, weil da ist der Trainer. Den brauchen wir. Noch. Scooter, Kp-Voll und was? Ich kann gar nicht richtig aufpassen. Wir werden dich irgendwas erzählen. Ist doch egal. Wir haben ihn besiegt. Ah, du bist gut! Bei deinem Können würdest du dem Team Rocket gleich die rechte Hand vom Boss. Tja, aber ich bin halt nicht böse. Da blinken Gras, will ich nicht hin. Da ist nämlich noch ein Trainer, den wir brauchen für den Glitch. Oh, hier ist ein Item. Ich glaube, das ist eine TM, wa? Ja, TM 45. Und es ist... Nein, den hat es vielleicht nicht. TM aktiviert. Sie erhält Donnerwelle. Uh. Können wir nicht benutzen. Nein. Ich werde nämlich kein... Ich kann mir schon was verraten. Ich werde kein Blitz-Pokémon oder Elektro-Pokémon-Team nehmen. Oh, so schlimm. Hier gibt es kein Unsichtblatt-Seite? Nee. Vielleicht da oben. Hier kommt eine neue Route. Ja, eigentlich schon. Aber das Karte kann einen anderen Namen. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dieses Labyrinth hier machen. Also, wenn ihr scharf drauf seid, dann könnt ihr gerne in der nächsten Folge dabei sein. Und wenn es euch mal wieder gefallen hat, wie gesagt, Like dalassen, Abo und Glocke anschalten. Ja. Aber wichtigsten ist es mir, dass ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Haut rein und tschüss. bei Schnell bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020